Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute geht's direkt mit einer anderen neuen Serie weiter, ja. Ihr habt ja gestern gesehen, da kam schon die erste Folge von der Road to 100 Windstreak. Ich nehme das Ganze jetzt hier am Abend quasi auf, von dem Tag, wo das erste Video der Road to 100 Windstreak online kam. Und es ist ja jetzt schon mega gut angekommen, Leute. Erstmal danke dafür, hab mich mega gefreut. Diesmal werden wir es durchziehen, das wird richtig, richtig nice, Freunde. Richtig, die erste Folge schön mit einer Nuklear. Also wer das Video gestern nicht gesehen hat, checkt es auf jeden Fall nach diesem Video ab. Ist richtig geil geworden. Und heute komme ich mit einer anderen Serie zurück, die wir auch, ich glaube, wir haben fünf Folgen von gemacht. Und zwar die Non-Lethal Challenge. Ich habe es so oft gelesen, wann machst du mal wieder die Non-Lethal Challenge, wann machst du mal wieder die Non-Lethal Challenge. Ich dachte, okay, jetzt musst du es endlich wieder machen, Freunde. Ich würde sagen, wir setzen einfach auf 0 zurück, fangen bei 0 wieder an. Quasi für die Erklärung, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich spiele jetzt eine Runde Team Deathmatch, gucke, wie viele Kids ich Non-Lethal schaffe. Das ist immer First-Try, Freunde, weil das ist das Ding der Challenge, ja. First-Try. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute 35 Kids mache, muss ich nächste Woche mindestens 36 Kids schaffen. Beziehungsweise nächstes Video, also dieser Challenge, muss ich dann mindestens 36 Kids schaffen. So ist das ganze Prinzip, also ich muss mich quasi immer steigern, Non-Lethal, also ohne Killstreaks die Kids machen. Quasi nur Drohne, Konterdrohne, Orbi oder halt Dingsbums hier, Powercore, das kann ich alles spielen. So sieht das Ganze bei mir heute aus. Ich werde heute mit der AKU spielen, die habe ich heute im Stream gezogen, richtig, richtig nice. Und dann guckt euch mal diesen heftigen Ripper an. Ist der heftig? Ich finde den richtig heftig. Deswegen spielen wir heute mit Ripper. Ich will nämlich beim ersten Mal logischerweise nicht ganz so viele Kids machen. Ich spiele trotzdem ganz normal, ihr wisst es, ich habe es auch beim letzten Mal gemacht. Und Punkteserien schnappen wir uns jetzt hier. Drohne, Konterdrohne, Orbi. Ich würde sagen, wir hüpfen eine Runde Team Deathmatch und let's go. So Leute, Kombi ist angesagt mit der AKU, ja, mit der neuen Kürschor und Tarnung. Let's go, Digger. Mit der Waffe bin ich leider noch nicht ganz so gut, aber wir müssen ja auch nicht so ganz so viele Kids bis jetzt in dieser ersten Runde hier schaffen. Und die haben hinter mir hier eben gerade schon alle losgeschutet. Das heißt, es wird nicht so ganz die angenehme Runde für mich, das weiß ich jetzt schon. Aber naja. What the fuck? Das war dieses neue Ding, ne? Heiliges Kanonenrohr. Was war das denn, ey? Der hat übelst rumgelegt und mich mit so einem Teil abgeschossen. Ach du Scheiße. Ey, hier ist eine KN. Pass auf, pass auf, pass auf. Einen können wir uns hier noch? Ja, let's go, Digger. Jetzt haben wir eine AN am Start, Alter. Würde ich sagen, machen wir ins Nuklear, oder? Machen wir mal kurz. Oh nein. Oh, weg, 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 weg. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich will die AN nutzen. Komm her. Nice. Oh Gott, wo ist der? Killing. Oh Gott. Könnte Drohne. Drohne, kurz chillen. Jetzt raus. Hier, so. Zack. Ich glaube, wir können hier kurz durch. Tatsächlich. Jetzt haben wir hier zwei DLC-Waffen in der Hand. Hassen. Hassen, ja, ja. Hassen. Zack. Okay, okay. Hier ist jemand. Nein! Oh, schade, Alter. Ist ja so witzig gewesen, hätte ich jetzt gesagt. So, komm, wir machen jetzt nur Nuklear und hätten die einfach gemacht, Alter. Haben wir hier schon wieder viel zu sehr auf Street gespielt. Später muss ich dann halt richtig reingehen, um die Kills zu machen einfach. Jetzt erste Runde kann man das schon mal machen. Oh Gott. Zack. So. Kommen wir hier durch und können den Rippern? Ah, nee, der ist schon tot. Hier wird safe jemand kommen. What the fuck? Gut. Die anderen sind außen gespawnt. Einer ist hier oben. Leute, wie schnell ist der denn weg? Hier oben ist jemand... Nee, da hinten ist jemand. Gott, ich bin gerade etwas verwirrt. Das ist mir gerade hier ein bisschen schnell, die Runde. Ah, okay, okay. 12-3, guter Start. Also, wenn wir jetzt schon so 30 Kids die erste Runde machen, dann wäre das schon... ...gar nicht so schlecht, sage ich mal. Ich sage mal so, für mich ist es natürlich, je niedriger ich hier mache, desto besser ist es für mich. Aber, das ist natürlich nicht das Ziel, hier extra reinzuscheißen. Das habe ich mir auch immer gesagt, nicht extra reinzuscheißen dafür. Sondern einfach ganz normal spielen. Weil sonst ist es halt auch einfach extrem langweilig, so. Und ihr seht ja, ich gehe auch in die Spawns rein und versuche mich auch, so gut es geht, die Gegner zu holen. Ah, der ist da oben. Okay, Drohne. Vielleicht können wir den hier rippern. Nice. Oh nein, den anderen kriegen wir nicht. Scheiß drauf. Okay, 18 Kids schon. Hälfte der Kids sind gespielt. Ja, wenn wir 36 machen würden, wenn wir das jetzt so hoch rechnen. Das wäre schon, äh, das wäre schon, äh, Hausnummer, du. Das sage ich dir aber, okay. Mit seiner KN, äh, mit seiner AN, sorry. Da ist er natürlich ein bisschen besser dran. Ja, der Wall Run, den kriegen wir jetzt. Zack. Nein. Den anderen kriegen wir, aber den nicht, ey. Zack, Ripper, auf deinen Nacken. Zack. Ah, komm her, komm her. Oh nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Nein, da war noch einer. Holy shit, Leute. Das wird eine richtig eklige Runde, Alter. Ich werde so viele Kids machen. Das wird so kacke für mich. Oh Gott, nein, 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 komm her. Wo ist er? Also vom Gameplay her eine geile Runde, aber... Für die Serie eine scheiß Runde, ey. Oh Gott. Komm her. Oh mein Gott, ich kriege die auch noch alle. Nein, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Wie kann ich denn jetzt hier bitte so... Oh, ich habe schon 31 Kids. No way, Digga. No way. Oh Gott. Oh nein, jetzt habe ich den auch noch gekriegt. Ey, dann, wenn man es nicht will, dann kriegt man alle Kids, ne? Alter, Vater. Ich halte mich nicht zurück, ich halte mich nicht zurück, okay. 34, 8. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So 60 Kids, no liter, kann man schon theoretisch schaffen, sage ich mal. Also nicht in dieser Runde jetzt, ich meine so allgemein. Das geht schon klar. Aber in diesen Lobbys momentan... Oh Gott. Oh Gott. Gott, 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 Gott. Oh nein. Nein, der ist auch noch Level 1 und checkt halt gar nichts. Und der... Nein. 37 schon. Ich fange hier safe mit so einer 40er Runde an, Freunde. Alter Vater. Oh, komm her. Ja, es wird safe mit einer über 40er Runde. 39. Okay, 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 okay. Da haben wir auch schon die 40. Aber jetzt ist jeder Key richtig eklig. 41. No way. No way. 41,9, Freunde. Lasst auf jeden Fall für das Gameplay schon mal einen Daumen nach oben da. Ach du Kacke. Komm her. Ey. Ich freue mich nie über Assists, aber danke, dass der mir den Assist gegeben hat. Oh, und danke, dass du mich heatwavest. Oh, 42,10. Ach du Kacke, Alter. Ach du Kacke. 43 Kills. 43 Kills, Freunde. Das ist schon so heftig. Jetzt muss ich beim nächsten Mal mindestens 44 Kills machen. Auf jeden Fall, Leute, das wird beim nächsten Mal übelst, übelst schwer, Alter. 43, nee, 44 muss ich beim nächsten Mal schon machen. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, ich schaffe das. Sonst geht es dann direkt quasi wieder neu los. Und ich würde sagen, ihr gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.